Yo, liebe Malonzo Gang, heute reagieren wir auf Schutzgeist der Scheiße. Ja Leute, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Krankensupport. Wir sind fast 450 Abonnenten, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, ihr würdet mich mega unterstützen. Und erstmal, ich bin wirklich genervt, erstmal Retalk an der Stelle. Es kann nicht sein, dass ich drei Videos aufnehme, zweimal Rammstein und einmal Freiwild. Und diese drei Videos, alle einen Copyright Claim haben. Alle drei hintereinander haben einen Copyright Claim bekommen. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum hat Malonzo alle zwei Tage nichts hochgeladen? Genau, das war der Grund. Ey ohne Witz, das nervt. Schlagt mir auf jeden Fall weitere Songschläge vor, die kein Copyright haben, wirklich. Wenn ihr wisst, irgendwelche Rammstein-Songs oder Freiwild-Songs, die jetzt nicht so Copyright so richtig schlimm sind, schreibt sie in die Kommentare. Weil natürlich will ich auch für Abwechslung sorgen, das ist natürlich wichtig, weil sonst mache ich nur Onkels. Ich will auch ein bisschen Freiwild und Rammstein machen, weil sich das auch andere Leute wünschen. Aber es geht nicht, wenn jedes Video einen Copyright Claim hat. Es geht einfach nicht. Es tut mir auf jeden Fall leid an die Rammstein-Zuschauer und an die Freiwild-Zuschauer. Wird noch kommen, schlagt eure Sachen vor, die kein Copyright... So wichtig, wo ihr wisst, dass die wirklich kein Copyright Claim bekommen. Komisch sowas, aber ja Leute, ich würde sagen, wir starten einfach rein. Musste einfach mal ganz kurz sein, dieser Real Talk. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So Leute, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich finde, Böse Onkels ein böses Märchen ist mit einer meiner Favoriten Alben. Ich finde das mit einer der besten Alben. Let's go. Geile Gitarre. Innerlich zerrissen, so hieß der Ort, an dem ich war. Es war Dienstag, wie jeden Tag. Es war Winter ohne Eis und Schnee. Das ist eine Böse, ey. Wenn mir niemand sonst kann es sind. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jahre fallen herab, wie das Laub von den Bäumen. Bin ich der Schutzgeist der scheiße, verlorenen Träumen. Schön. Ich versuchte zu lächeln, mich nicht zu ergeben. Gitarre vor allem. Geil. Clean. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die letzte Flasche ist leer und jetzt vieler Regen. Ich stehe auf meinem Schicksal entgegen. Ich lasse alles zurück. Alles und jeden und beginne die Suche nach einem neuen Leben. Oh, 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 oh. Das gefällt mir auch. Der Chorus vor allem, wo er so macht. Wow, wow, wow. Das klingt geil. Wirklich. Hat was. Hat was. Das gefällt mir bislang. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eiserne Gedanken laden ein zum Verweilen. Oh, Kevins Stimme da noch. Hammer. Wie offene Wunden, die nicht verheilen. Die Vision, die ich hatte, liegt in Schaben auf dem Boden. Verrottet wie ein Leichnam. Sie hat mich verloren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die letzte Flasche ist leer. Und jetzt viel der Regen. Ich stehe auf. Können auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, von welchem Jahr dieses Album ist. Ganz wichtig. Auf meinem Ziegsal entgegen. Ich lasse alles zurück. Alles und jeden. Und beginne die Suche nach einem neuen Leben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt Gonzo bestimmt. Ich muss ja nicht mehr viel sagen, ne? Su Gonzo. Legende. Also wirklich, sauber! Die letzte Losche ist leer, und jetzt viel der Regen. Ich stehe auf, mein Schicksal ist gegn. Ich lasse alles zurück. Da hat man Bock mitzusingen. Die letzte Losche ist leer, und jetzt viel der Regen. Ich stehe auf, mein Schicksal ist gegn. Ich lasse alles zurück. Alles entgegen, und wir gehen in die Suche nach. Einen neuen Leben. Einen neuen Leben. Nach einem neuen Leben. Nach einem neuen Leben. Nach einem neuen Leben. Nach einem neuen Leben. Auch von Gonzo. Oder von Stefan, bin ich mir nicht sicher. Beide können das eigentlich. Hammer, hammer, hammer geiles Ding, Leute. Ja Leute, dieses Lied hat mir auf jeden Fall mega gefallen. Wie schon gesagt, ich habe euch ja gesagt. Böse Märchen mit mein Favoritalbum, Leute. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ich mit dem Album fortfahren soll. Oder wenn ihr noch Wünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann werden wir darauf auch reagieren. Wie schon gesagt, Rammstein und Freiwild, Zuschauer, habt noch ein bisschen Geduld. Das mit den Copyright Claims, das ist nicht normal. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die haben jetzt irgendwie, weiß nicht, datenschutzrechtliche Sachen noch kranker gemacht. Also bei den Onkels ist das nicht der Fall. Aber tatsächlich bei Freiwild und Rammstein. Bei Rammstein so oder so ist das so oder so krass. Aber ja, schreibt auf jeden Fall Lieder in die Kommentare, wo ihr wisst, dass die nicht gekopyrighted claimt werden. Ich meine, jedes meiner Videos ist gelb, das muss ich euch nicht verraten. Auch wenn ich Onkels Songs reagiere, sind meine Videos leider gelb. Aber sie werden nicht gekopyrighted claimt. Ganz wichtig. Songs, die nicht gekopyrighted claimt werden. Wenn sie urheberrechtlich geschützt sind, ist so oder so jedes Lied so. Das muss ich euch nicht sagen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, schreibt Sachen in die Kommentare, Leute. Tut mir leid, dass ich das für euch nicht machen konnte. Aber ihr wisst gar nicht, wie das stresst. Ihr wisst gar nicht, wie das aufregt. Und ja, Leute, habt trotzdem einen positiven Tag. Und wir sehen uns im nächsten Reaction-Video wieder.